Wer kann schon von sich behaupten, mit einem Handballer der ersten Bundesliga im Schwimmbecken geplanscht zu haben? Wasserratten, die gestern das Lochenbad in Balingen-Weilstätten besucht haben zum Beispiel. Denn da hatten sich zwei Spieler des HBW unter die Badegäste gemischt und mit ihnen Wasserball gespielt. Und zwar im Rahmen einer Aktionswoche. Dazu hatten die Stadtwerke Balingen von Dienstag bis einschließlich heute in Kooperation mit Balinger Vereinen ins sanierte Lochenbad eingeladen.